Aja Sooo Guck mal, das ist eine interessante Version Jaja, gut, das ist ähm Unvorteilhaft für mich jetzt Ich hole den Sieg trotzdem Oh, bei vielen Die ganze linke Seite ist leer Reichen 31 Punkte Oh, ist mir knapp Wenn jetzt nur noch Survival kommt Vielleicht Ne, dann Ne, es darf kein Survival kommen Es dürfen nur Rennen kommen Und es müssen alle dann rausfliegen Survival wäre ganz schlecht Vielleicht bekomme ja dann nur die Hefe der Punkte Ja, das macht es nicht einfacher Außer es ist dieses eine Survival-Spiel, wo kein Timer ist Wo man einfach so lange überleben muss, wie es irgendwie geht Und wenn ich da lange genug alleine bin am Ende Dann ist aber nicht Lily Leapers Okay, dann ist Game Over Weil zwei Rennen hintereinander überlebt man, glaube ich, als einzelne Person eher nicht Ich glaube, das wird schwierig Zumal ich manchmal nicht so gut in dem Spiel bin Ich briniere nicht immer In diesem Spiel In Lily Leapers Warum starte ich auch noch hinten? Das ist voll gemein Ich glaube, das geht vielleicht, aber naja Hä, ich dachte, das geht vielleicht, aber naja Wie viele kommen weiter? Top 11 Ich bin jetzt schon 5 da Ja, 14,35 nicht Oder? Vielleicht verkacken bei dem Spiel einfach viele Und das reicht doch Nein Ihr müsst alle raus! Nicht ins Ziel kommen, Leute! Nicht ins Ziel kommen! Leute, komm ins Ziel ist nicht gut Wo bleibt der Timer, der mich rettet? Komm schon! Spiel! 17 Punkte, viele gibt's noch für den nächsten Vielleicht hab ich... Komm schon! Komm schon! Lass mich doch einfach weiter! Ja! 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 Jetzt kommt nächste halbe Runde! Ja! Jetzt wird's tricky! Ja! Ja! vielleicht wenn es mit drehstange ist dann vielleicht aber ohne drehstange auf gar keinen fall keine chance okay es ist mit drehstange okay vielleicht habe ich eine chance ihr müsst alle raus sofort am anfang bitte springt alle runter ich habe sonst auch keine chance leute bin sowieso alleine hier ist eine banane da ist ein apfel banane apfel nein lass mich in ruhe ich bin alleine traube orange melone apfel melone apfel traube orange okay ok krische banane Nein! Okay! Das war... Ja... Hätte ja klappen können. Aber ich war eh noch 11 da. Das wäre nix geworden. Aber ich bin schon... Ich finde schon ziemlich cool, dass ich zwei Runden überlebt habe. Boah, Pink Whop. Sieht geil. Sieht gut aus. Ich lasse mich mal eben in meine Lobby rein. Accept the request. Und dann machen wir mal eben... Oh ne, das hier ist Outfits. Farbe! Ne, das ist nicht die Farbe. Ich finde die doch jetzt nie... Nein... Wie hieß die nochmal? Ich hab keine Ahnung. Nein... Bubblegum war es auch nicht. Die war es auch nicht. Die war es auch nicht. Oh, ich hab zu viele Sachen, Leute. Ich glaub, das war die hier. Ja... Wenn's die nicht weiß, egal. Die ist cool. Die nehm ich jetzt. Wenn's die nicht weiß... Wenn's die nicht weiß, ist mir egal. Wenn's die nicht weiß, ist mir egal. Ich... Danach schließen wir für heute. Morgen geht's schließlich schon weiter. Mit ein bisschen Monster Hunter. Und danach werden wir vermutlich wieder zu Fall Guys switchen. Und den Season Pass ein bisschen weiter machen. Beziehungsweise hauptsächlich weiter bauen. Morgen wird voraussichtlich geschrieben am Nachmittag. Voraussichtlicher Start ist 15 oder 16 Uhr. Mal gucken. Ich kann das ja erwähnen, wenn ich jetzt weiß, wann's losgeht. Oder ich streame morgen. Vielleicht streame ich morgen auch früher schon. Ich weiß es nicht, oder? Ich kann auf jeden Fall morgen nicht so lange. Das weiß ich jetzt schon. Und ich bin oben lang. Ich trottel! Ähm... Mal gucken, wie ich morgen streame. Ich weiß es vielleicht doch noch nicht. Aber ich peile so an für... Vielleicht auch 14 Uhr schon. Oder ich streame morgens. Morgens wär eigentlich optimal. Morgens wär besser, glaub ich. Aber morgens guck ich im Moment immer in den Stream. Hm. Das ist kritisch. Nein. 40 Punkte! Kritisch. Also eigentlich würde es mir am besten passen, wenn wir uns morgen früh... ...sehen würden. Dann würde ich so um 11 Uhr anfangen. Ich möchte morgen auf jeden Fall streamen. Also ins Stream kommen morgen auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht genau, wann's mir am besten passt. Weil eigentlich... ...habe ich das Problem, dass ich abends halt verplant bin. Ich weiß noch nicht genau, wann abends. Ähm... Und wenn ich dann um 16 Uhr erst anfange und um 18 Uhr aufhören muss, finde ich das doof. Weil zwei Stunden lohnt sich irgendwie nicht so richtig. Vielleicht fangen wir schon mittags an. Gut, dass ich das Thema angesprochen habe. Weil dadurch machen wir jetzt mal Gedanken darüber, wann ich morgen streamen möchte. Ähm... Dann fangen wir morgen Mittag schon an, glaube ich. Nach Mittagessen. So zwischen 12 und 1 oder so. Esse ich morgen und dann am Frühstück. Oder ja, ich mache mir was schnelles und mache dann richtiges... Weiß ich noch nicht. Ich bin unentschlossen. Aber irgendwie so... Irgendwie so mittags. Vielleicht für euch zum Mittagessen. Man weiß es nicht so genau. Ähm... Irgendwann muss ich das Spiel mal ganz in Ruhe spielen. Weil ich möchte gerne mal gucken, wie das oben... AHHHHH! Wie das ist, wenn man oben lang geht. Der Kriegsschrei gehörte dazu, ja. Und 30 Punkte! Zweimal hintereinander erst, ja. First Place! Ähm... Fangen wir morgen Mittag an. Weil wenn ich dann bis 8... Wenn selbst wenn ich um 12 bin, dann kann ich rein theoretisch 6 Stunden. Das würde rein theoretisch gehen, wenn ich so wie heute das mache. Ja, fangen wir morgen Mittag an. So 12, halb 1. Ist glaube ich ganz gut. Kann ich nämlich davor was für die Uni machen? Und danach... Habe ich ja dann was vor. First Place! Nice! Und ich kann morgen dann auch den Stream direkt hochladen. Das ist eigentlich auch praktisch, weil ich schneide den ja heute noch. Das ist ja alles eine gute Idee. Ja. Ne, wir machen das so. Morgen geht es um zwischen 12 und 1 Uhr los. Also mittags, nicht nachts. Zwischen 12 und 13 Uhr. Starten wir morgen in Monster Hunter. Wenn das alles klappt. Ich hoffe es klappt. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir die Hörner bekommen. von dem... ... 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 Und nächste Woche kann ich auch schon sagen, nächste Woche wird Montag planmäßig Ratchet & Clank kommen, Dienstag vielleicht auch, man weiß es nicht so genau, vielleicht auch Aber wie gesagt, was anderes, auf jeden Fall ist Dienstag auch ein Stream möglich, genau wie am Mittwoch Und nächste Woche könnte ich wieder viel streamen rein, theoretisch, ich habe nächste Woche noch Zeit Dann machen wir, nee, dann lasse ich mal Montag, ich weiß noch nicht, Montag oder Dienstag Wahrscheinlich eher Dienstag, weil Montag muss ich arbeiten Wahrscheinlich Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag